Und ich frage dich, oh Diener Allahs, wenn es heißen würde, in zwei Wochen wirst du sterben, freust du dich darauf oder nicht? Ich frage euch, das ist eine Frage von eurem älteren Bruder zu euch, an euch. Möchtet ihr sterben, wenn es heißt, in zwei Wochen wird dein Todespunkt eintreten? Denn wer von uns sagt, Alhamdulillah, ich möchte sterben? Wer von uns? Nur diejenigen, die nur diese Dunja kennen, möchten hierbleiben. Aber wer das Paradies nicht kennt, so wird er niemals zurückkehren wollen. Denn es gibt Leute, die haben ihr Haus nur in dieser Dunja, liebe Geschwister. Allah hat es ihnen verwehrt, ein Haus wo zu haben im Paradies. Schaut, wie viele Leute sich hier ein Haus bauen in dieser Dunja. Der baut 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, dann kommt er als alter Mann, er will den Schlüssel reinstecken und weil vor lauter Aufregung kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Wer freut sich auf das Haus? Seine Erbe. Haram, der Miski, 30 Jahre hat er gebaut, 20 Jahre. Ich weiß nicht, wie lange er einen Kredit abbezahlt hat, dann möchte er in dieses Haus herein. Und er wird nichts von diesem Haus haben. Ein Haus, welches in der Dunja steht und irgendwann verfallen wird. Das Haus in Al-Jannah im Paradies wirst du für ewig haben. Abul Barah, ich habe eine so süße Frau. Ich möchte noch in der Dunja bleiben, so lange wie möglich. Deine süße Frau wird irgendwann nicht mehr so süß sein. Und manchmal wird sie sogar sehr sauer sein. Abul Barah, ich habe ein geliestes Auto. Ich habe es geliest. Ja, Abul Barah. Gehört dir eh nicht. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Lebe für Al-Jahsa. Lebe für das Paradies. Und du wirst dich freuen auf die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala.